Wäre Gott einer wie wir, ein Geschlafen mit nem Wiel, nur ein Fremder um halb viel in der letzten Straßenbahn, der versucht nach Haus zu fahren und zu Hause irgendwann ruft ihn wieder keiner an und wenn, dann ist der Papst dran. Und leider werden wir wohl nie erfahren, was der Papst da mit Gott besprechen wollte. Aber wenn du mit Gott telefonieren könntest, was wäre die Frage, wenn du eine hättest? Ist Gott Liebe und wenn ja, wie viele? Gefangene befreien, geächtete Arten, verlorene Suche, ist deine Passion. Brot zu vermehren, Hunger zu stillen, Gott zu vertrauen, das ist deine Passion. Wann wurde Jesus klar, dass seine Leidenschaft für die Liebe Gottes ein Weg durch Leid und Schmerzen wird? Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Ich brauche die leise Ahnung, es von Ferne schon zu hören. Ein Lachen durchdringt die Osternacht, klingt wie eine Sinfonie. Lieder vom Licht in der Dunkelheit, für die ist es nie zu früh. Ich seh mich nach dem Anderland, wo unsere Wunden heilen, wo keiner einsam sterben muss und Menschen alles teilen. Lieder vom Licht in der Dunkelheit, für die ist es nicht leicht, ein Mensch zu sein. Sie sagen, das wär sentimental und so käme man nicht weiter. Lieder vom Licht in der Dunkelheit, für die ist es nicht leicht, ein Mensch zu sein. Sie sagen, jeder müsse halt sehen, wo er bleibt, wenn was geht. Lieder vom Licht in der Dunkelheit, für die ist es nicht leicht, ein Mensch zu sein. Sie sagen, tut mir wirklich sehr leid, doch das wird viel zu teuer. Sie sagen, sowas rechnet sich nicht, wie wohl jeder versteht. Aber du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, wenn es in dir laut pulsiert. Du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, auch wenn es dich irritiert. Du hast du versteht, bei uns die